Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Schadtechnik-Video auf diesem Kanal und diesmal schauen wir uns Reality Income an, denn Reality Income könnte vor einer möglichen Trendwende stehen, so dass wir demnächst auch übergeordnete Long-Signale bekommen für mögliche erneute Käufe. Diejenigen von euch, die mich schon länger kennen, die wissen es bereits, ich bin Trader und da ist die Schadtechnik, also die schadtechnische Analyse, das Mittel der Wahl, um mich an den Märkten zurechtzufinden und Kaufsignale, die auf Basis der schadtechnischen Analyse entstehen, nutze ich auch für meine langfristigen Investments, um passende Einstiege für mich zu identifizieren, um beispielsweise eine Aktie nachzukaufen oder in eine Aktie neu zu investieren. Also die schadtechnische Analyse ist nicht nur was für Trader, sondern kann auch für langfristige Investoren interessant sein und genau das möchte ich hier zeigen. Wenn ihr Aktien habt, die ich mir einmal anschauen soll und diese schadtechnisch analysieren soll, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich nehme das dann gerne mit auf und entweder wir machen einen netten Livestream oder ich werde dazu einfach mal ein eigenes Analysevideo machen. Heute geht es aber wie gesagt um Reality Income und hier gibt es bereits erste Long-Signale beziehungsweise mögliche Long-Signale, die die nächsten Tage und Wochen entstehen können. Zunächst einmal schauen wir uns Reality Income im sogenannten Monatschart an, das bedeutet jede einzelne Kerze hier ist ein Handelsmonat und Reality Income befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend, der im Zuge des Corona-Crashes rausgenommen wurde, aber noch konnte sich Reality Income an diesem Bereich halten. Und das ist auch schon das Erste, was wir jetzt hier sehen an dieser Stelle, denn wir haben jetzt hier das Monatstief vom Februar 2018, das im Zuge des Corona-Crashes rausgenommen wurde und genau an diese Marke um und bei 45 US-Dollar lief Reality Income jetzt kürzlich auch ran und zeigte hier schon untergeordnete Umkehrsignale und hier auf Monatsbasis schon eine deutliche Gegenreaktion. Somit haben wir hier schon mal ein erstes Indiz dafür, dass hier eine Trendwende anstehen kann. Die erste Reaktion haben wir schon gesehen. Weiterhin interessant ist, dass das Monatshoch Oktober jetzt im November bereits rausgenommen werden konnte und wenn der November so positiv schließt, dann ist das auf Monatssicht schon mal ein Long-Signal. Was das Long-Signal im Detail ausmacht, darauf möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht eingehen. Wie gesagt, wir können da gerne mal einen Livestream zu machen und dann gehe ich auch gerne mal die wichtigsten Punkte meiner schadtechnischen Analyse-Methode durch, sodass ihr dazu auch mehr erfahren könnt. Ich habe eine kleine Buchempfehlung unten in die Beschreibung gepackt. Falls ihr euch für die schadtechnische Analyse interessiert, das ist die absolute Bibel und wenn ihr das Buch durchgearbeitet habt, dann habt ihr auf jeden Fall schon mal ein sehr solides Basiswissen, was die schadtechnische Analyse angeht. Ansonsten geht es jetzt hier weiter. Also auf Monatsbasis könnte hieraus das erste Long-Signal entstehen. Wir haben jetzt noch, ich nehme das Video am 27.11. auf, also dann, wann das Video jetzt ja auch rauskommt. Und wir haben jetzt nur noch vier Handelstage bis der November rum ist. Also die Chancen stehen gut, dass wir hier ein positives Signal bekommen. Gehen wir dann auf den Wochenchart. Hier habe ich schon mal die ersten Sachen mit eingezeichnet. Und das erste, was wir hier sehen, ist in Orange oder Gelb ein Abwärtstrend, den ich hier dargestellt habe. Die Analyse nach Trend, auch genannt die markttechnische Analyse, ist für mich die absolute Basis der schadtechnischen Analyse. Und das werdet ihr auch immer wieder feststellen, dass die Trendanalyse für mich eine sehr, sehr große Bedeutung hat. Und ich verorte die Gesamtsituation eines Basiswerts, wie hier Reality Income beispielsweise, hauptsächlich nach Trendanalyse und ziehe dann halt auch gewisse andere Analysenmethoden mit ein. Also Trendanalyse die absolute Basis, mit der alleine ihr schon sehr, sehr gut zurechtkommen dürftet. Gehen wir dann ein bisschen tiefer rein in den Wochenchart und schauen uns die einzelnen Wochenkerzen an. So sehen wir hier schon deutlich auf Wochenbasis eine starke Aufwärtsbewegung. Und das, was auf Monatsbasis gilt, rein von der Signallogik her, gilt auf jeder Zeiteinheit, jetzt in dem Fall auch auf Wochenbasis. So wurden die negativen Wochenkerzen, die sich vorher ausgebildet haben, jetzt bereits auf Wochen-Schlusskursbasis rausgenommen. Somit haben wir schon mal eine erste initiale Bewegung. Das, was jetzt momentan dagegen steht, ist jetzt, dass wir noch einen übergeordneten intakten Abwärtstrend haben. Und der ist dann auch erst oberhalb von rund 69 US-Dollar gebrochen. Also auf dieser Ebene ist es nach oben noch ein sehr, sehr weiter Weg. Aber nichtsdestotrotz können wir schon untergeordnete Signale nutzen, um eventuelle Käufe zu tätigen. Also die initiale Bewegung ist passiert und es besteht weiteres Aufwärtspotenzial. Als Widerstandszone haben wir noch den Bereich um 55 US-Dollar in der Reality-Income-Aktie, die erstmal überwunden werden muss. Und dann haben wir auf Basis dieses Abwärtstrends eine Trendlinie, die wir hier einzeichnen können. Und auch diese muss erstmal überwunden werden. Und da muss man dann halt entsprechend extrapolieren. Und je nachdem, wie der zeitliche Ablauf ist, ist das wichtige Level natürlich veränderlich. Aber um und bei 57,5 US-Dollar können wir die relevante Marke dann schon verorten. Und sollte die abwärtsverlaufende Trendlinie auf Wochen-Schlusskursbasis überwunden werden können, dann haben wir einen sogenannten Schadtechnischen Trendbruch. Das bedeutet, das, was wir auf Basis der Schadtechnik an Hilfslinien mit eingezeichnet haben, ist dann gebrochen. Und in dem Fall der Abwärtstrend auf schadtechnischer Sicht, also der schadtechnische Trendbruch, erfolgt um und bei oberhalb von 57,5 beziehungsweise 58 US-Dollar, wenn wir einen Wochen-Schlusskurs darüber bekommen haben. Viel spannender ist dann der Tagesschart. Viel tiefer gehe ich dann auch nicht, denn hier können wir einige Sachen herauslesen. Wenn ihr meine Analyse zur Paychex-Aktie gesehen habt, dann kennt ihr das Thema Divergenzen schon. Das Analyse-Video zur Paychex-Aktie habe ich mal oben verlinkt. Schaut da gerne rein, denn das Video ist nach wie vor noch aktuell. Und hier haben wir eine Divergenz drin. Ich nutze zur Ermittlung von Divergenzen den RSI in der Standardeinstellung. Und das ist die 14er-Periodeneinstellung. Und eine Divergenz sagt im Prinzip nichts anderes aus, dass der RSI beispielsweise ein höheres Tief ausbildet, aber der Markt ein tieferes Tief ausbildet. Das kann man natürlich auch umdrehen für die Short-Seite, also für Verkaufssignale. Und sowas markiere ich hier immer mit so einer gestrichelten Magenta- oder Rosa-Linie. Und hier haben wir eine Divergenz. Und zwar haben wir hier ein RSI-Tief und ein höheres RSI-Tief, aber hier an dieser Stelle ein tieferes Markt-Tief. Nun gab es die erste initiale Bewegung und auch auf Tagesbasis lässt sich eine Trendstruktur einzeichnen. Und hier seht ihr übergeordnet die orangenen Linien. Das ist die Linie aus dem übergeordneten Trend, den wir im Wochenschart schon gesehen haben. Jetzt habe ich hier einen roten Trend eingezeichnet. Und das ist der Trend, der dem Wochentrend untergeordnet ist. Und auch hier hatten wir zuvor einen Abwärtstrend. Und jetzt durch eine initiale Bewegung auf der Oberseite haben wir diesen Abwärtstrend schon rausgenommen. Aber es hat sich noch kein wirklicher neuer Aufwärtstrend etabliert. Zumindest nicht in der Ausprägung, wie wir es brauchen. Natürlich kann man dann, wenn man ein bisschen genauer reinschauen, argumentieren, ja wir haben ja hier auch eine Trendstruktur, aber diese Struktur ist zu klein, als dass ich sie jetzt auf dieser Zeiteinheit als Trend definieren würde. Das geht jetzt hier aber alles schon zu sehr ins Detail. Viel wichtiger ist zu wissen, dass wir erst einmal ein Rücklaufspotenzial haben. Also wir haben jetzt hier einen Anstieg. Und Reality Income sollte jetzt die 51 US-Dollar nicht mehr wesentlich unterschreiten. Diese grüne Linie, also dieser Bereich, stellt jetzt ein ideales Rücklauflevel dar. Und beispielsweise könnte man hier überlegen, wenn die Reality Income Aktie auskorrigiert, diesen Bereich annimmt und wieder eindreht, könnte man unter Umständen eine weitere Kaufposition mit reinnehmen. Ich bin schon in Reality Income investiert und im Rahmen meines Projektes kaufe ich Reality Income dieses Jahr nicht mehr. Reality Income steht, wenn überhaupt, im kommenden Jahr erst für mich zum Nachkaufen zur Debatte. Aber nichtsdestotrotz bieten sich hier durchaus gute Kaufgelegenheiten. Wir müssen allerdings darauf achten, sollte Reality Income deutlicher zurückkommen und hier nicht klare Umkehrsignale liefern, dann hätten wir nochmal das Potenzial, bis in den Bereich von 46 bis 45 US-Dollar, also den letzten Tiefbereich, zu fallen. Für das bullische Szenario tiefer sollte es dann nicht mehr gehen. Und ausgehend von diesem Rücklauf könnten wir dann eine weitere Erholung sehen, bis zur Trendlinie, also bis zur abwärts verlaufenden Trendlinie als erstes Ziel. Deutlicher wird das Signal, wenn diese Trendlinie im Bereich von 57,5 bis 58 US-Dollar schlussendlich überwunden wird, sowohl auf Tagesbasis, also Tagesschlusskursbasis, dann letzten Endes auch auf Wochenschlusskursbasis und dann natürlich im weiteren Verlauf auch auf Monatsschlusskursbasis. Dann haben wir schon ein sehr, sehr deutliches Long-Signal und erst dann schaue ich auch intensiver, ob ich dann nochmal einen Nachkauf tätige. Ich habe Reality Income ja schon zweimal gekauft ins Projekt und würde sie dann unter Umständen ein drittes Mal nachkaufen. Kommt aber so ein bisschen darauf an, wo ich dann reinkomme, ob es dann letzten Endes Sinn macht. Zusätzlich spielt dann natürlich auch die Fundamentalanalyse eine Rolle, wenn ich langfristig in eine Aktie investiere. Aber dazu kommen wir später. Die Fundamentale Seite, die besprechen wir ja dann bei dem nächsten Kaufvideo. Also wenn ich Reality Income tatsächlich ins Projekt Depot reinkaufen sollte, dann bespreche ich die Fundamentale Seite und hier in diesem Format weise ich auf mögliche Kaufsignale in den jeweiligen Aktien hin, sodass ihr schon mal im Vorfeld bestens vorbereitet seid, falls ihr auch in Erwägung zieht, die Reality Income Aktie zu kaufen. Wichtig zu beachten ist immer der Disclaimer. Natürlich ist dies keine Anlageberatung, steht auch unten in der Beschreibung, sondern stellt nur meine persönliche Sichtweise auf eine jeweilige Aktie oder auf irgendeinen Basiswert dar und soll natürlich keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Wertes darstellen. Das soweit zur charttechnischen Analyse. Also die ersten Anzeichen für eine mögliche Trendwende sind da. In der kleinsten Zeiteinheit, die ich für mich jetzt hier für die Analyse verwende, den Tagesschart, haben wir schon einen Strukturbruch bzw. einen Trendbruch bekommen. Daraus muss erst einmal mehr werden, um weiteres Aufwärtspotenzial freizumachen. Und der wichtigste Bereich wäre erst einmal der charttechnische Trendbruch zwischen 57 und 58 US-Dollar. Ich werde die Aktie weiter verfolgen und mit der nächsten größeren Veränderung werde ich dann nochmal auf die Aktie eingehen. Also es lohnt sich definitiv, diesen Kanal jetzt zu abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr auch kein neues Video mehr verpasst. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Schaut auch in meine anderen Videos rein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.